Guten Tag meine Damen und Herren, ich bin Officer Freaks und heute nehme ich euch mal mit auf meine Reise in Notruf Hamburg. Wir werden mal gucken, was wir so an Verbrecher finden hier auf jeden Fall. Ja, klappt schon sehr gut hier auf jeden Fall. So, direkt natürlich hier unser RS4 hier haben wir ausgerüstet. Blaulicht an und wir haben direkt hier Einsätze. Juwelier, Osttankstelle, aha, aha, aha. Sechs Polizisten, zwei Feuerwehr, zwei RAC. Aha, okay, Verbrecherbande, boah, ist in Ordnung. Ich würde sagen, wir fahren direkt mal zum Juwelier, würde ich sagen. Und sorgen mal so ein bisschen hier für Recht und Ordnung auf den kriminellen Straßen von Notruf Hamburg, ja. Tatsächlich in letzter Zeit haben sich die Meldungen hier von Kriminellen verdreifacht, ja. Zum Beispiel Lina, brandgefährlich, Lina. Oder auch nicht, brandgefährlich, war mal brandgefährlich. Aber hier, hier, Lenz, Lenz, oder wie heißt der? Lenz, 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 brandgefährlich, auch nicht. Ah, okay, okay, nochmal Glück gehabt, Leute, nochmal Glück gehabt. Ne, habt ihr nochmal wirklich Glück gehabt? Ich hau mal hier, so. Achso, direkt schon freiwillig hier drin mein Auto. Aha, die Lina, ausgestiegen die Lina, ne. Äh, Polizist Jakob, was ist mit Jakob los? Ich werde hier gerammt von einem Tourismofahrer, was ist denn los? Was macht er denn da? Ist das hier, hat er hier, was ist das denn jetzt? Ne, also was ist denn jetzt los, Leute hier, was ist denn das denn hier mit dem Tourismofahrer hier? Das ist ja wohl, ne, ich sag mal nichts dazu, ne. Ich sag mal nichts dazu, es wird langsam dunkel, Leute. Und wenn es dunkel wird, ihr wisst ja selber, was passiert dann. Da kommt hier, äh, die Polizisten kommen dann hier. Hier ganz, ne, auch nicht, was ist das denn hier, Leute? Wo sind die, wo sind denn die ganzen Kriminellen hier, Leute? Wo verstecken die sich denn, ne? Wenn ich einmal hier im Dienst bin, dann hauen sie mal alle ab hier, ne. Das sind mir liebsten hier, das sind mir liebsten. Wer bist du denn hier, junge Dame? Blue Dragon, auch, auch in Ordnung, auch in Ordnung. Wir schauen mal zu meinem Polizisten vorbei. Hier, die junge Dame da, ne. Guck dir das mal an, da. Hier, das ist ja ein Stunt hier. Ich glaub, wir gucken erstmal hier nach, mit Stop-6 hier. Ne, fahr mal schön rein da. Ja, Wolikowski, ne. Fährt da vollkommen rein, so soll's auch wenigstens sein. Polizist Jakob Bank, okay, ich hab keine Zeit für dich gerade. Aber ich muss die Bank eben, äh, retten. Weil natürlich, wer könnte diese Aufgabe besser erfüllen als ich, ne? Officer Freaks ist natürlich so stelle... Oh Gott, was ist denn hier los, Leute? Äh, Leute, was ist alles klar bei euch hier? Was ist das denn hier? Am springen, die ganze Zeit hier, ey. Hören Sie mal auf zu springen, junge Dame. Äh, es darf nicht wahr sein, ich krieg hier nicht... Ich krieg hier nicht gefesselt, ey. Ich muss den Kollegen... Okay, was ist das denn jetzt? Okay, ich muss also flüchten, Leute. Also so klappt das hier auf jeden Fall nicht. Warte mal, irgendwie muss ich jetzt mal hier kurz... Ich muss mal hier einmal ganz kurz, äh, Planänderung, Leute. So. So, und nicht anders. So, wer will jetzt noch einen haben hier? Problem oder was hier irgendwie? Ja, okay, Jakob. So. Leute, ne, so geht das hier nämlich. So, und nicht anders. Mann, 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 alles muss man hier selber machen. Aber gar kein Problem. Ich bin natürlich ausgebildet dafür, ne? Weil ich bin ja selber... Werde rei. Reich. Was? Reich? Ich weiß nicht, was er meint. So, junge Dame, ne? Jetzt will der Jakob sich das hier abholen, oder? Ne. So, was ist los hier, als er Täter? Wem willst du hier heilen? Den willst du heilen, hier oder was? Der dreht sich schon ganz am Kreis hier. Doch nicht heilen, was? Mich heilen, na gut. So, da ist die junge Dame wieder. Wie direkt getasert, aber auch direkt von mir festgenommen, natürlich, so wie es sich gehört. Guten Tag, Lenz. Der Lenz ist wieder da, sehr gut. So, du kommst erstmal wieder bei mir auf den Beifahrer. Dann nehmen wir noch den anderen mit, natürlich. Ganz klare Sache. Ach, ist der Offline-Gang? Versucht fest. Ah, okay. Na, der andere hat direkt Angst bekommen von mir. Es war klar, weil, ähm, der weiß ja ganz genau, was ihm im Gefängnis blüht, ne? Da ist nämlich dann die Kriminelle Action. Bandmitglieder, ne? Man weiß ja, berüchtigt, dass Notruf Hamburg-Gefängnis ist natürlich für die Gangkriminalität berüchtigt. Und, äh, da möchte man natürlich nicht einsetzen. Dann geht man ganz schön offline. Aber, nichtsdestotrotz, der andere Kollege, ähm, naja, ne? Tut mir sehr leid, auf jeden Fall Jan, aber, ähm, bringt natürlich alles nichts. Du musst natürlich auch in den Knast rein. So, Notruf Hamburg ist schon wieder am Boden. Wo ist denn Notruf Hamburg? Krankenhaus? Okay, was ist denn da los? Äh, sollen wir nochmal gucken? Komm, wir gehen mal gucken da, oder? Oder wer bist du denn? Erstmal Fahrzeugkontrolle. Äh, schönen guten Tag, die Polizei. Einmal rechts ranfahren, bitte. Motor aus. Und Fahrzeugpapiere einmal hier. PW. Äh, na gut, sie werden nicht gesucht, sie dürfen weiterfahren. Angenehme Weiterfahrt, dann, wie ich sagen. Ähm. Ähm, wir machen mal so weiter, als wenn nichts passiert, einfach, wie ich sagen. Was macht er beim Juwelier? Äh, dich halte ich mal im Auge. Dich halte ich im Auge, Kollege. Aha, wenn das hier nicht das Auto ist, was wir gerade gesucht haben. Äh, ne? Guten Tag, junge Dame, es ist doch Fiona wieder, ne? Aber wird heute nicht mehr gesucht. Nochmal Glück gehabt, ne? Mit dem blauen Auge hervorgekommen. Nicht mehr gesucht, die junge Dame. So, was ist da los? Was ist wieder die Lina und der... Gut, die hauen sich da, hallo? Was soll das denn jetzt hier? Hallo, lass uns mal das Mädchen in Ruhe hier. Bitte einmal das Mädchen in Ruhe lassen. Bitte einmal abstand hier. Kannst du mich hauen, wenn du willst. Ne, hau mich doch mal. Oh, er haut mich wirklich, Alter. Lenz, was ist da los? Jetzt will er abhauen, ne, der Lenz. So. Das kann sein, dass natürlich hier gerade, äh, Freund und Freundin war. Das heißt, eine Partnerschaft, eine Beziehung, ne? Die waren zusammen. Kann natürlich sein. Jetzt versucht die Lina gerade alles, den Mann zu retten. Aber Lina, ne, deinen Junge, den muss ich mitnehmen. Bitte nicht, ne? Ne, also ganz klare Sache. Also das ist natürlich ein Verbrechen, Lenz, ne? Ne, deine Freundin kann natürlich mitkommen. Ne, die kann dich natürlich in, äh, dein Gefängnis da in dein neues Zuhause natürlich, ähm, begleiten, wenn du möchtest. Ne, möchte Lina mitkommen? Oder auch nicht. Oder im Kofferraum. Es ist im Kofferraum drin. Egal. Ne, komm mit. Naja, vielleicht gab's da gerade eh Krise. Man weiß es nicht, warum die sich gehauen haben. Aber ich hab auf jeden Fall gesehen, dass er mich gehauen hat. Und dann, ne, dann ist irgendwann, ne, Schluss wird lustig, ne? Irgendwann wird's ernst dann. Und jetzt, ne, jetzt kommst du ins Gefängnis, Kollege, ne? Weil du mich gehauen hast. Kann ich bitte raus? Ne. Ne. Möchte Lina auch in Gefängnis? Ne? Lina kann dich, äh, besuchen. Komm. Ne? Wenn ihr mich hauen, natürlich, ne? Nein, bitte nicht in die Zelle. Doch. Doch, ab in die Zelle. Du Schwerverbrecher. Ne? Oh, ist das denn hier? Ich werd gehauen, Leute. Was ist das denn hier? Erstmal ins Gefängnis. Tut's so leid. Und jetzt. Jetzt reißt's auch langsam hier, ne? Irgendwann ist nochmal gut hier. Schluss wird lustig hier, Kollege. Aha. Hier wieder. Oh, was ist das denn jetzt hier? Ja? Was ist los, Bray, bei dir? Ne? Was ist das denn hier, ey? Einfach beim Kollegen einsteigen. Bin noch kurz auf K. Ja, gar kein Problem. Äh, hier, Lina, möchtest du auch ins Gefängnis? Komm, ich hau dir mal jemanden auf den Rücken rein. Zack. Ah, die läuft nur rum hier. Na, na, na. Was ist los bei dir, Kollege? Na gut. Ich glaube, Lina ist unschuldig. Ausnahmsweise heute mal. So, der Bray ist noch kurz auf K. Gar kein Problem. Danach hat er gesagt, er raubt die Leute aus hier alle. So, eben kurz hier rüberfallen, wir steilen. Gar kein Problem. Juwelier wird überfallen. Ausgeraubt, überfallen, genau. Ausüberfallen. Kann man auch machen. Neue Wort. Neu Deutsch. So. Jetzt ist es doch irgendwann mal gut hier. Okay, warte mal. Entweder der hier, oder der, oder der. Ah. Der Jakob, der. Was ist mit dem Jakob los hier, ey? Der Jakob, der geht da ganz schön drauf, da an der Bank. So, was ist das, ich finde, für ein Gangtreffen? Ey, ich werde gehauen, Alter. Was ist denn hier? Hallo, Leute. Aufhören damit. Mit Baseballschläger. Okay, warte mal. Jetzt müssen wir hier einmal. Hier haben wir natürlich eine Unruhe. Demonstration irgendwie wahrscheinlich. So, hier müssen wir einfach tasern hier. Der ist hier ein bisschen zu aufdringlich gewesen, den Kollegen. So, also die beiden habe ich auch hier festgenommen hier. Und du? Ne, du bist auch hier böse wahrscheinlich, ne? Ja, du bist auch böse. So, stehen geblieben, junge Dame. Hier ist die Polizei. Bleiben Sie bitte stehen. Flucht ist zwecklos. Okay, warte mal, da müssen wir da herfahren, ne? Tut mir sehr leid, Breese. Den müssen wir stoppen, auf jeden Fall hier, den Kriminellen. Also, bitte stehen bleiben, hier ist die Polizei. So, jetzt reicht es, schieße ich einfach drauf auf die Karriera. Ich weiß auch, ob die ihn getroffen hat oder so. Aber auf jeden Fall, ja, zumindest ein paar Warnschüsse abgegeben hat hier auf jeden Fall. Aber er kann immer noch fahren, kann das sein? Er kann immer noch fahren. Okay, warte mal dann. Würde ich sagen, ich bin ja kein Freund davon. Wenn man eine ganze Zeit mitfährt, deswegen tue ich die beiden ganz kurz festnehmen. Und dann kümmern wir uns um den anderen da, der gerade geflohen ist. Weil ich bin selber kein Fan davon, dass ich vom Polizisten die ganze Zeit mitgeschleppt werde. Und dann irgendwie nach Usbekistan und China gefahren werde der ganze Zeit. Das ist ja auch langweilig dann, ne? Man möchte ja irgendwie auf den Knast reingehen und dann möchte man ja auch irgendwie weiterspielen. Und die ganze Zeit hier gepfesselt im Auto sitzen. Deswegen, ne? Aber es ist gar kein Problem. Guck mal, da ist er doch schon. Was ist das denn jetzt hier? Ansari? Ansari, wie wird gesucht hier? Wurdest du rausgeschwissen von deinen Kollegen oder was? Ich weiß jetzt nicht, was da los ist. Ob da jetzt auch eine Ehekrise war? Auf einmal stand sie hier mitten auf der Straße. Einfach, wir müssen eben ganz kurz gucken. Wir gehen eben kurz zu einem Freund. Oder was auch immer da ist. Also dein Fluchtfahrer da. Ansari. Du kommst gleich ins Gefängnis, ist gar kein Problem. Ich muss nur einmal ganz kurz checken, was mit deinen Kollegen hier los ist. So, weil. Guten Tag, junge Dame. Sie werden auf jeden Fall jetzt festgenommen. Äh, bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen, junge Dame. Okay, wird nicht mehr gesucht. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Na, nochmal Glück gehabt. Nochmal Glück gehabt. Das gibt wieder schönen Minuspunkte für mich, aber gar kein Problem. Jakob, was ist mit Jakob los? Alter, guck's dir mal. Äh, wir gehen mal gleich bei Jakob gucken, weil der irgendwie stirbt da ganz oder fällt ganz halt um. Ich weiß, ob er irgendwie betrunken ist. Also keine Ahnung. Ne, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, die junge Dame muss auf jeden Fall für ihre Verbrechen jetzt in den Knast rein. Tut mir sehr leid, aber, ähm, ne, ich bin halt auch nur der Gesetzeshüter und muss halt eben, äh, die Regeln des Bundesstaates, ähm, ne, durchführen, ausführen. Ähm, ne, sie wissen, was ich meine. So, jetzt gehen wir mal gucken beim Jakob. Was ist da los bei Jakob bei dir? Ganz hat wieder hier gehauen oder, oder irgendwie ver... Okay, wieso ist er ausgestiegen? So, junge Dame, es reicht so langsam hier. Also jetzt, irgendwann ist es auch mal gut hier. So, jetzt bleibt mal alle stehen jetzt hier. PZ, PZ, Lenz. Ach, der Lenz ist das. Oh, was ist denn hier, Leute? Alter, what's the fuck? Hab ich euch schrocken, Alter. Auf einmal kommen die da rausgeschwungen aus dem Auto, ey. Hey, ja, 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 Leute, jetzt reicht es auch mal langsam hier, ne? Jetzt schießen wir mal ein Auto rauf hier, okay, warte mal. Ich hab halt keine Muni, ne? Das ist schlecht. Ach, Mann, das darf nicht wahr sein, ey. Das regt mich auf, ey. Das war bestimmt hier, weiß ich nicht. Eine Sekunde oder so, dann hätte ich ihn festgenommen, ey. Eine Sekunde. Aber euch hole ich noch, hole ich noch. Der Lenz, der will mich beschützen. Guck mal, der Lenz, der setzt sich für mich ein, da wird der Freundin. Die Freundin guckt aber nur zu und Lenz und er prügeln sich jetzt gerade. Oh, je, oh, je. Ah, je, was ist da los, bitte? Das ist ein sehr knappes Ding, auf jeden Fall. Ja, ja, ich sehe es schon. Oder Lenz will flüchten, aber er hat sich geschafft, der Lenz. Er liegt am Boden. Jetzt wollen wir noch die Freunde kaputt hauen, oder? Ah, je, 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 krankenwagen, hallo? Gibt es hier einen krankenwagen vielleicht? Ansonsten rejoin und dann hole ich euch beide. Ihr braucht gar nicht drauf, schießt, was man aufhört. Komm, krankenwagen hier. Hallo, krankenwagen. 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 Geht immer die Bank aus, rum aus. Okay, Leute, da muss ich halt rejoinen. Bringt alles nix. Weil ich glaube, hier kommt kein krankenwagen. Okay, ich rejoin eben. So, Leute, da bin ich wieder tatsächlich, ja. Tatsächlich aber jetzt mal im Sondereinsatzkommando. Eigentlich war es nicht geplant, aber natürlich bei so welchen Leuten muss ich natürlich jetzt ein bisschen verstärkt kommen. Da kann ich natürlich nicht als einfacher Streifenpoizist rumfahren und versuchen, die irgendwie zu tasern oder umzuschießen. Ne, da muss ich natürlich jetzt als Sondereinsatzkommando ausrücken, weil die haben natürlich das Equipment dafür, für solche Sperrverbrecher. So, was ist hier los? So, wo sind sie? Die sind hier gerade vorhin reingelaufen, ne? Warte mal. Also, wer ist denn jetzt hier erstmal? Äh, oi, 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 oi. Wer liegt denn hier alles? Okay, erstmal gucken hier, wer denn so alles hier ist. Okay, Lina. Okay, da. Okay, ihr könnt mich ruhig hauen, aber da sind auf jeden Fall die Bösen. Okay, Leute, da müssen wir jetzt hin. Da ist gerade ein richtig, richtig Bannenkrieg oder sowas. Ich weiß gerade nicht, was los ist hier. Okay, einen haben wir, geht auf jeden Fall. Jetzt wollen wir flüchten, ey. Aua, das war dein Fehler, ey. Das war dein Fehler. Aber ich glaube, er hat Glück, oder? Er kann mich ja schießen. Ja, Mann, der Glück, ey. Okay, Leute, ich komme wieder. Ich komme wieder, kein Problem. Okay, Leute, Versuch Nummer zwei, äh, drei, meine ich natürlich. Als SEK, na gut, als SEK ist natürlich der zweite Versuch, aber so, also hier wird auf jeden Fall drin geschossen. Aber sowas von. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall rein stürmen, auf jeden Fall mit einem Taser vielleicht. Ist ganz gut. Hier wird auf jeden Fall gehauen gerade. Gegen die Gittern. So, wer hat die Waffen jetzt hier von euch? Irgendeine Waffe, glaube ich, hier, ne? So, du kommst erstmal mit hier, Kollege. So, dich verhaftig schon mal. Der andere Kollege hat irgendwie nichts gecheckt. Also, keine Ahnung, du kommst auf dem Stuhl erstmal. So, du, Kollege, kommst auch mit. Jeffe, keine Ahnung. Du kommst auch erstmal mit, Kollege. So, da muss ich immer einen ganz guten Energy drinken. Weil irgendeiner kommt hier gerade noch rein. Ah, das ist der Polizist. Okay, das ist dieser Jakob. Äh, okay, dann nehme ich euch erstmal fest hier, wie ich sagen. Ihr beiden. Du warst die GHG und den anderen gleich sofort natürlich auch mit. So, wo ist mein Auto? Da ist mein Auto. Okay, okay, okay. Okay, das heißt, ich sitze eben kurz hier hin. Bitte nicht offline gehen, danke. Und dann gehe ich eben ganz kurz auch zum anderen Kollegen. Ja, die anderen, ich weiß halt nicht, Feuerwehr einer. Kann sein, das ist jetzt einer, der noch da ist. Aber die liegen halt da jetzt im Tresorraum, alle drei. Sind eigentlich die Bösen auch dabei hier? Alter, wie viel? Ach, das ist der mit der Dings hier, mit dem Sniper auch sogar. Okay, lol. Okay, 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 warte mal. Dann muss ich ganz schnell den auch noch festnehmen, würde ich sagen. Und hoffen, dass ein Medic kommt. Weil da sind vier Crimes einfach in der Bank drin, ne? Ja, da kommt ein Medic. Oh, nice, 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 nice. Okay, warte mal. Ein Polizist tut auf jeden Fall gerade wachhalten in der Bank. Müssen wir eben schauen, dass wir den festnehmen jetzt hier gerade. So, das ist die junge Dame natürlich noch da. Diese Lina hier, ne? Wird die gesucht? Ne, Lina nicht, ne? Ne, Lina wird nicht gesucht. Okay, dann kann ich ja stehen bleiben. Da würde ich sagen, Leute, tun wir den eben ganz kurz festnehmen, die beiden. Der andere Kollege hat ja gerade noch, ich sag mal, halbwegs alles im Griff da im Tresorraum, hoffe ich doch mal. Und da müssen wir ganz schnell sein und gleich wieder zur Bank sprinten. Mit dem Auto. Will Games, der rückt zum Einsatz aus. Okay, 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 gar kein Problemo. So, die beiden festnehmen hier auf jeden Fall. Wo sind die denn da? Da sind die. So, Kollegen, ab ins Gefängnis mit euch, ne? Versuchter Bankraub ist natürlich sehr schlecht für euch. So, dich auch noch festnehmen. Jakob, bin ich nicht unterstützen? Gar kein Problem. Jakob, ich komme sofort. Gar kein Problem hier. Warte, äh, ausrücken. Ich komme, Kollege. Gar kein Problem, Jakob. Ich komme, ich komme, ich komme. Da wird sich auch gehauen irgendwie gerade. Aber ich habe gar keine Zeit für euch tatsächlich gerade. Ich muss zur Bank schnell. Weil da sind die Sperrkriminellen drin. So, warte mal, hier ist auf jeden Fall noch Blaulicht. Immer noch der Alarm an. Das heißt, immer noch Crimes im, oder so Leute im Tresorraum. So, ich tue mal einfach Taser-Ausrüst. Ich weiß halt nicht, ob einer vielleicht entgegenkommt oder so. Ähm, wie sieht es aus hier? Wie sieht es aus hier? Okay, warte mal. Hä? Hier ist ja gar nichts passiert einfach. Tut er die überhaupt heilen hier? Okay, er macht einfach gar nichts, oder? Er guckt sich einfach nur hier um, denn es ist ein Täter. Ei, 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 ei. Okay, nein. Doch. Doch. Okay, äh, keine Ahnung. Also, ich schaue mal, was passiert, Leute. Okay, hier kommt gerade eine junge Dame. Oh Gott. No. Ja, doch. Schöne Hallen da. Schöne Hallen. Macht ihr gut. Sehr gut, macht ihr das. So soll es sein, Leute. Jawohl, die Kowski, die Hallen, die schön auch. Der Jakob macht das echt gut, Leute. Der Jakob. Da kann man hier mal eine Scheibe abschneiden von. Er tut auf jeden Fall hier gerade, ähm, ja, was heißt das Gebiet unterstützen. Aber auf jeden Fall hier schon mal Wache halten. Und das ist echt gut, muss ich sagen. So, immer mehr Polizisten kommen hier auf jeden Fall. Das ist auch immer besser. Sichern. Ja, genau. Genau, sichern, Jakob. Das ist echt gut. So, ansonsten gucken wir natürlich auch hier als SEK natürlich, ne, vorbei. Dass alles hier mit rechten Dingen, äh, vorgeht. So, der steht gleich wahrscheinlich hier. Die Hallen auf jeden Fall alle gut durch. Sehr gut. Hier kommt einer rein. Wart mal, Leute, den festnehmen, 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 festnehmen hier. Nimmt den fest, Kollegen. Was soll das denn hier? Kommt da einfach in die Bank reingestürmt hier, ey. Der Glaubetakt. Okay, einer kommt direkt mit hier. Erstmal den müssen wir auch festnehmen direkt hier. Oh, Moment, Moment, Moment. Bleiben Sie stehen, junge Dame. Junge Dame, bleiben Sie stehen jetzt hier. So, den haben wir auf jeden Fall aber auch hier. So, den nehmen wir erstmal mit hier. Der wollte schon gerade abhauen, aber so nicht. So, hier wird ein nach dem anderen raus transportiert hier von dem Polizist. Das sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Geil, ey. Mo, mo net. Was, mo wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Kollege, brauchst du gar nicht schreiben. Mi. Mi. Okay, mi. Ich weiß nicht, weiß nicht. Ich würde sagen, ich bringe ihn einfach mal in den Knast rein. Ich denke mal, die anderen Polizisten haben da alles halbwegs im Griff so. Und mit den anderen... Du, doi, did, doi, money. Ich kann kein Spanisch, Leute. Tut mir sehr leid. Pablo Escobar, no, Español. Oder so, keine Ahnung. Ich kann das nicht. You money. Ja, you money. Ja, ich weiß. Ich Geld. Er will mir Geld geben, aber nein. Ja, ich weiß. Bist du traurig, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. So, warte mal. Wer ist denn noch hier so gesucht? Also auf jeden Fall ein paar Leute gesucht. Unter anderem wieder Fiona hier. Schwerverbrecherin. Juwelier-Raub. Aha. Was war denn, ist das? Das heißt, Leute, im blauen Auto erstmal, blauen Passat. Hallo, was soll das hier? Hallo, junge Damen. Hallo, junge Damen. Junge Damen. Mann, 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 Mann. Was soll das denn hier, junge Dame? Hallo, junge Dame. Lassen Sie mich mal durch. Ihr Blaulicht, Kollege. Hab ich so gesucht, oder was? Ich guck einfach, ob du gesucht wirst. Irgendwie 55, kann das sein? Guck mal, da ist, Leute. Ja, da fahren wir jetzt erstmal in der, würde ich sagen. Bleiben Sie hier, junge Dame, da. In ihrem blauen Passat. Sie werden gesucht wegen fahrlässiger Raubüberfall oder so ähnlich. Genau, keine Ahnung. Jetzt erstmal ausbremsen ist natürlich hier. Ganz klare Sache und dann drauf schießen. Als SEK versteht man da erstmal keinen Spaß mehr irgendwann. Ich meine, Verkehrsprozess war ja schön und gut, aber jetzt als SEK muss man natürlich durchgreifen. Und hier wird geflohen direkt. Aha, so ist das hier also. Junge Dame. Bleiben wir mal stehen jetzt, junge Dame hier. Ansonsten kriegen sie gleich einen Taser-Schuss von hinten. Ausgedribbelt wurde ich hier. Aber gar kein Problem. Ich kenne auch Schwimmer. Weil ich wurde ja bei der Bundeswehr trainiert natürlich, da ich hier Kampfschwimmer bin. Deswegen ist das gar kein Problem für mich, Leute. Die Leute hier festzunehmen im Wasser. So soll es sein. Nein. Doch. Doch. Ganz klare Sache. Doch. Okay, Leute. Wir haben direkt den nächsten Einsatz hier. Der Werkzeug ist leider ausgeraubt. Aber die Polizei ist anscheinend schon hier. Das ist schon ganz gut. Ich sehe schon ein paar rumlaufen. Ja, okay. Das ist ja... Das geht ja von allein hier. Guckt euch das mal an jetzt hier. Guckt euch das mal an. Ich muss gar nichts mehr machen. Am Anfang, da waren wir, glaube ich, mit drei Polizisten. Jetzt bin ich SEK. Jetzt sind wir irgendwie gefühlt 3000 hier. Aber so soll es auch sein. So soll es sein. Da kommt noch einer hier. Aber ich bin ein paar Blaulicht-Kollege. So, wir kriegen direkt unseren nächsten Einer rein. Das ist nämlich beim Juwelier. Okay. Der Juwelier wird ausgeraubt. Da fahren wir ganz schnell hin, auf jeden Fall, würde ich sagen. Okay, da ist gerade schon ein Polizist weggefahren. Ich glaube, hier ist alles erledigt schon. Ja, ist auch kein Alarm mehr an. Ah, okay, okay, okay. Ich glaube, der Polizist hat alles erledigt hier vorne. Ne, der... Ach, der verfolgt jemand. Oh, Verfolgungsjagd, Leute. Jetzt geht es spaßig jetzt. Okay, warte mal. Zwei Polizisten gegen den weißen Passat. Ist das da? Was ist das da vorne? Kein Problem, ne? Okay, dann würde ich sagen, helfe einem Kollegen mal. Auf jeden Fall hier Platten. Alle schon. Ja, alle Platten auf jeden Fall. Dann versuchen wir den mal ein bisschen auszubremsen hier. Den weißen Passat. Okay, klappt jetzt nicht so. Vielleicht den Schienen irgendwie reindrücken. Das wäre natürlich jetzt uner Bärchen, ne? Ne, kriegen wir nur zum Schleudern, den Kollegen, den Dreh. Aber, äh, ja, was soll ich machen hier? Sniper draufschießen. Okay, Außertankstelle, Schiffscontainer. Okay, 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 okay. Aber ab keine Zeit. Wir müssen natürlich hier die Verfolgungsjagd machen, Leute. Upsala. Jetzt bin ich selber gegen Steigen gefahren. Natürlich sehr gut. Ein bisschen langsam aufpassen, dass das hier... Oh, macht er? Nee, ist hier. Okay, warte mal. Okay, okay, okay. Was soll das denn jetzt hier, junge Dame? Was, die GHG? Wieder gesucht, der Kollege? Nee. Der wird gar nicht gesucht, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, der Polizist, der... Hä? Was soll das denn jetzt hier werden? Ich haut zurück. Zurückraue den Kollegen hier, den Bré. Äh, hau mich. Hau mich. Hau mich doch. Schlagstack, hier. Bam. Oh, illegale Waffeneinsatz. Ja, sehr gut. So soll es sein, ey. Okay, Leute, das bringt jetzt hier gerade nichts. Ich gehe mir kurz mein Auto reparieren. Und dann geht es gleich weiter. Okay, Leute, ich glaube, wir haben hier verdächtige Personen auf jeden Fall hier irgendwie. Äh, wer ist denn sie, junge Dame, hier? Okay, einer flieht, einer fährt im Auto. Okay, erstmal der mit Flieht hier. Der hat eine Waffe auf jeden Fall. Irgendwas hat der hier. Junge Dame, es wird auch immer gesucht hier wegen illegaler Waffenbesitz. Bleiben Sie stehen sofort, junge Dame hier. Es reicht. Bleiben Sie stehen. Okay, er schießt auf mich. Nee, so nicht, Kollege. So nicht jetzt. Okay, erstmal den da bei Pestgesetz, würde ich sagen. Wir schauen uns eben ganz kurz noch den anderen Kollegen an. Ähm, der ist ja geflogen. Ähm, da ist er ja. Da ist er, da ist er, da ist er. Warte mal. Im Porsche hier. Okay, warte mal. Den versuchen wir mal ein bisschen auszudricksen hier. Ja, sehr gut. Zwei Platten auf jeden Fall jetzt. Da würde ich sagen, verfolgen wir den eben ganz kurz auch noch hier mit. So, theoretisch, also fahren sollte fast unmöglich jetzt sein. Da ist der wieder im Weißen, aber der ist ja jetzt nicht mehr gesucht tatsächlich. So, da müssen wir natürlich jetzt ein bisschen Verfolgungsjacken machen. Äh, damit wir den bekommen. Hier, warte mal. So, jetzt hat er sich gedreht. Hier M4. Drauf schießen erstmal hier. Na, kann, ob ich ihn getroffen habe. Vielleicht. So, hier M4. Ah, ja. Okay, warte mal. Er tut in die Baustelle reinklettert oder was? Aber er muss auch passen und nicht stirbt dabei. Okay. Er liegt da wirklich, ne? Kann das sein, dass er... Oh nein, er ist wirklich gestorben. Kann das sein? Oh nein. Och, bre. Och, bre. Och, bre. Sustigen Bus. Eieieieieieieieiei. Bre, bre, bre. Was mach ich jetzt hier? Dune. Du, ne. Ja, was? Was soll ich machen? Also ich... Jetzt beschwert er sich hier oder was? Aber was soll ich machen? Jetzt hier. Do you have grass? Okay. Ich hab Gras? Wie hab ich Gras? Hier. Hier direkt gegenüber. Beim Krankenhaus ist es direkt hier. Du kannst Gras essen. Geh mir ne Kuh. Aber kommt ihr ein Krankenwagen? Ich weiß nicht, ob es einen Notarzt gibt hier. ADAC haben wir auf jeden Fall. Da kommt ein Notarzt. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nice, 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 nice. So, warte mal. Jetzt kommt der Kollege hier. ADAC hochgeklettert hier. Der macht hier Räuberleiter. Was ist das hier? Er schafft es nicht. Das ist der Notarzt hier. Erstmal hat er mich da angemacht hier, der Kollege, der Bre. Dass ich ein Leben suchen soll. Habe ich ja. Als Polizistenleben. Und jetzt sagt er hier, der soll nicht mehr heilen, was. Notarzt macht deine Arbeit hier, Kollege. Mann, 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 Mann. So, der ADAC kann auf jeden Fall den Porsche abschleppen. Ganz klare Sache. Okay, irgendwas lauert der denn da, ey. Komm, heil ihn mal hier. Heil den mal voll. Den Bre hier. Heil wird zensiert hier. Heil den mal voll, den Kollegen hier. Ja, ich habe Zeit. Also gar kein Problem, wie ich sagen. Dann warte ich halt hier. Also ich meine, ich habe Zeit. Das hat er geschrieben. Der kann auch verlassen. Also hör, dann verlass halt, ne? Ich will halt, dass er im Knast ist. Ne? So ist das halt hier. Tut mir halt zwar leid für den Typen, der gerade im Auto sitzt bei mir. Aber, ähm, was soll ich machen, ne? Wenn der Medic hier nicht heilen will und er, ja, nur rumstört, dann warte ich halt auch. Ich habe Zeit. Oh, äh, ja, der macht jetzt gerade Stress hier gerade. Der fragt mich, wie alt ich bin, aber der soll mal auf mein Rundungsprofil gehen. Ne? Da kommt der nächste Notarzt. Guck mal, so soll es sein. Ja, jetzt hat er es auch mal geschafft. Ne? Ich habe Zeit gehabt. Ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, eine 5 Minuten gewartet, so. Ne? Gar kein Problem. So, der auf jeden Fall im Gefängnis hat ihn alles nichts gebracht, ne? Hat ihn alles nichts gebracht. Der Notarzt hat es ihn nicht gebracht. Ne? Dank auf jeden Fall an den Ehrenmann, der dann sein Täter, der wenigstens Gehalt hat. Und jetzt reicht es für dich, ne? Ab ins Gefängnis. Ne? Ich lief einfach. Mach doch länger Knast für dich. XD. Als ob mich das stört, ey. Oh Mann, oh Mann, ey. Der denkt, oh, das stört mich. Mir doch egal. Die können ruhig halt liefen. Also ich meine, sind die halt doppelte Zeit im Knast. Also mir ist das total egal. Mir ist das egal. Und dafür kein XP für dich, gehe dein Leben. Was? Kann ich gar nicht gesehen jetzt hier. Aber ich habe doch XP bekommen. Ne? Was will er denn? Ich habe 30 XP bekommen. Oh Mann, oh Mann, ey. Ja, manchmal spielen hier echt Scherzkekse. Da spiele man eben auch im eigenen Garten, ey. Mann, 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 Leute. So, weiter geht es aber trotzdem hier. Juwelier wird ausgeraubt oder wurde ausgeraubt. Okay, jetzt mittlerweile nicht mehr. Das ist immer klar. Einbruch. Okay, warte mal. Ach, der Blutritter. Das war ja der Notarzt, der Nette. Der Ehrenmann Notarzt war es ja. Beim Werkzeugladen. Da kann ich mir einfach hinfahren dann. Gehen wir eben kurz den anonymen Hinweis hinterher und fahren eben zum Werkzeugladen und schauen mal, was da los ist. So, auf jeden Fall kommt da einer schon. Warte mal. Dann ist das der bestimmt gewesen, ne? Oder? Ne, hä, warte mal, der nicht. Okay, warte mal. Ne, 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 alles gut. Ach, ne, das war ja der im anderen Notarztwagen, ne? Das war der im anderen Notarztwagen. Warte mal, der ist ja in diesen, ich sag mal, länglichen Notarztwagen gewesen. Upsala. Okay, der ist natürlich jetzt weg schon längst, ne? Das ist klar. Können wir vielleicht irgendwo nur einen sehen, irgendwie einen Tatverdächtigen. Ah, der C ist keiner. Da ist keiner. Ne, ich glaube leider nicht. Ostertankstille. Oh, der ist bei der Ostertankstille jetzt hundertprozentig, ne? Okay, warte mal, das ist ganz gut. Ich bin ja in der Nähe von Ostertankstille. Dann gehen wir eben kurz hier. Ne, kurz Falschfahrer. Wer ist hinter mir? Der war bestimmt Polizist, ne? Das ist bestimmt Polizist, denke ich mal. Ah, da ist der Notarztwagen. Okay, warte mal, das ist der Gleiche, also. So, schön Blaulicht aus, muss ich sagen. So, parken. Hö? Ach so, ja, wahrscheinlich wieder Kollege, ne? Wahrscheinlich der Kollege war das. Hier zwei, zwei Leute. Der eine wird gesucht, der andere nicht. Also der Beifahrer wird wahrscheinlich gesucht, der Fahrer wahrscheinlich eher nicht. Aber egal. Fahren wir hinterher, auf jeden Fall. Wir können ein bisschen, ähm, Terror machen. Erfolgensjagd, so ein bisschen, ne? Das ist auch mal ganz spannend, wie ich sagen. Äh, die Kerle gibt auf jeden Fall Gas. Ich weiß gar nicht, wer hinter mir hergefahren ist. Wahrscheinlich der andere Polizist. Denke ich doch mal. So, auf jeden Fall schneller als der sind wir auf jeden Fall. So. Ist das irgendwie ein Polizist? Kann das sein oder sowas? Wer bist du? Welches Kennzeichen hast du denn? L-U. Äh, L-U. Ups, Alter. L-U. Sven. Ah, das ist ein Polizist sogar. Ein Team, die, oder was? Oder hat er ein Fest genommen? Entweder Team, die, oder der hat ihn festgenommen. Ja, danke dir auf jeden Fall, Ehrenmann. Ja, das hast du davon, ey. Aber ich muss ja, das gucke ich mir von weit mal eben kurz an, würde ich sagen. Bringt er den wirklich ins Gefängnis oder ist das hier ein Teamer? Aber es war kein Problem. Äh, okay, die Team. Ja, okay. Dann ist das halt so. Ähm, gesucht wird auf jeden Fall jetzt nicht so viel tatsächlich. Ich würde auch langsam sagen, dann, äh, wir haben ganz gut aufgeräumt. Mittlerweile hat sich die Lage beruhigt. Wir haben die Straßen von den Kriminellen so ein bisschen gereinigt, ja. Viele haben mir in den Knast geschickt, ja. Viele auch zurecht, ja. Die ganz schön frech waren zu mir. Deswegen will ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann ist das gerne ein Like und ein Abo da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao, haut rein, Leute. Ciao, haut rein, Leute.